Herzlich willkommen zum Mausburger Technik-Tipp. Heute zeigen wir Ihnen die Besonderheiten der Stanzgestelle von Mausburger. Die Stanzgestelle sind grundsätzlich modular aufgebaut. Sie lassen sich dadurch flexibel und schnell, je nach Anwendungsfall, mit dem Stanzgestellassistenten oder Druckkatalog zusammenstellen. Die NP-Präzisionsstäbe für die Funktionsplatten werden mit einer Überlänge geliefert. Dadurch können Sie die Stäbe nach Wunsch auf zwei oder mehrere Segmente sägen, ohne dass sie zu kurz werden. Zwei versetzte Führungsbohrungen sind durch gefräste Pfeile gekennzeichnet. Bei der Plattenbearbeitung ist damit klar, wie die Platten aufgespannt werden müssen. Zusätzlich wird ein falsches Zusammenbauen des Stanzwerkzeuges ausgeschlossen. Die Ausrichtkanten sind exakt parallel zu den Führungsbohrungen feingefräst. Sie helfen, die Platten bei der Weiterverarbeitung einfach und schnell auszurichten. Exzentrische Haltestücke ermöglichen einen schnellen Ein- und Ausbau der Führungssäulen und Buchsen. Alle Maisburger Platten und Führungen werden höchst präzise und passgenau hergestellt. Deshalb können die Gestelle in Einzelteilen geliefert werden. Sie sparen sich das Auseinanderbauen und können gleich mit der Bearbeitung der Platten beginnen. Standardisierte Stanzgestelle verschaffen Ihnen also viele Wettbewerbsvorteile im Werkzeugbau in Bezug auf Preis, Durchlaufzeit und Austauschbarkeit. Äthä 100 200 600 Vielen Dank.